hallo zusammen willkommen zur ersten beziehungsweise besser gesagt 0 folge des gar nicht so schlimmen podcast mein name ist henni und ich bin einer der vier stimmen des 321 podcast da der 321 podcast aktuell ein bisschen im sommer winter frühjahrs und herbst pause ist habe ich mir überlegt ein soloprojekt zu starten einen genauen plan habe ich noch nicht wir gucken einfach mal was das hier wird kannst nach petten besser einen guten plan heute als ein perfekter plan morgen es gibt sicherlich viele themen über die man aktuell reden kann wir sind mitten im sommer 2022 der bevorstehende herbst und winter wird kalt oder warm je nachdem wie man das sehen will der angriffskrieg von russland auf die ukraine läuft immer noch wie das thema gasversorgung in diesem winter aussieht weiß noch keiner natürlich sind wir auch mit einem sehr heißen sommer mal wieder das heißt der klimawandel wird uns begleiten bis zum tod da sind wir gerade vermutlich im kältesten sommer unseres restlichen lebens viel spaß damit aber als altes land in westeuropa haben wir auch mehrere andere probleme natürlich gehen die baby boomer in den nächsten 50 15 jahren in rente das heißt 30 prozent unserer werbstätigen fallen weg es kommen keine nach billige einwanderer lassen wir durch frontex im mittelmeer saufen also keine ahnung wo das mal hinführen wird gleichzeitig haben wir eine ziemliche schere zwischen arm und reich 20 prozent der menschen in deutschland sind von armut betroffen wir haben eine neoliberale fdp in der regierung die gerne aktienbasierte renten rentensysteme einführen würde für leute die so schon nichts sparen können also ja ich glaube es gibt viele themen die man mal auseinandernehmen kann ihr werdet mich wahrscheinlich in den nächsten folgen auch ein bisschen besser kennenlernen ich habe gewissen politischen hintergrund der natürlich mein denken beeinflusst aber dazu später die folge ist vor allen dingen dafür da wie jede nullte folge den weg bei den ganzen podcast plattformen freizumachen das heißt wenn ihr wollt drückt auf abonnieren in eurem podcast player und wir hören uns